Robert Lewandowski ist von Trainer Niko Kovac offenbar zum dritten Kapitän des FC Bayern München befördert worden. Wie die BILD berichtet, soll der Stürmer in dieser Rolle mehr Verantwortung beim deutschen Rekordmeister übernehmen. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt einen Gratis-Monat. Demnach sei das Ansehen des 30-Jährigen innerhalb des Vereins zuletzt gestiegen, nachdem er seine Transferabsichten aus dem Frühjahr beiseite gelegt habe. Bereits im November war Lewandowski mit Kapitän Manuel Neuer und dessen Vertreter Thomas Müller an den Krisengesprächen mit den Verantwortlichen beteiligt gewesen. Lewandowski kann auch bei Bayern helfen. Ich bin schon einige Jahre Kapitän der polnischen Nationalelf. Deshalb kann ich auch bei Bayern helfen. Ich habe die Erfahrung, untermauerte Lewandowski zuletzt im Interview mit der SportBILD. Seine Ambitionen, ich weiß, was man sagen muss in gewissen Situationen und habe keine Angst, meine Meinung mitzuteilen. Der Stürmer war 2014 von Borussia Dortmund zum FC Bayern gewechselt und absolvierte seitdem 219 Spiele für den Rekordmeister, in denen ihm 173 Tore gelangen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.